Erzählen Sie Ihre persönliche Höchstleistung. Im Sport, im Beruf und im Alltag. Durch eine optimale Ernährung. Jeder, der tagtäglich sein Bestes geben will und muss, kann von einer sinnvollen Ergänzung seiner Ernährung profitieren. Die Produkte der Fitline-Serie helfen dabei, die eigene Leistung beim Spitzen- oder im Breitensport, bei beruflicher Belastung und den Anforderungen des Alltags zu optimieren. Top-Athleten und hunderttausende Kunden haben dies längst erkannt und nutzen die Fitline-Produkte täglich. Geschmacklich Fitline steht da sicherlich ganz weit oben. Was die ganze Betreuung natürlich so einfach macht, ist, dass die Produktpalette so komplett ist, dass wir keine anderen Zusatzstoffe oder Mittel benötigen. Für die DSV ist es natürlich in allererster Linie wichtig, dass wir Produkte kommen, die sauber sind. Die Thematik des Dopings ist etwas, was natürlich viele Sportler und auch viele Verbände angreifen kann, wenn sie hier nicht entsprechend sauber aufgestellt sind. Was das Einmalige ist, für mich als Sportler ist, dass die Produkte eigentlich unheimlich wirken. In jeder Bereich ist es wirklich eine Sache, wo das Fitline mich sehr gut geholfen hat. Die Entwicklung der Fitline-Produkte orientiert sich ständig an neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, medizinischen Entwicklungen und gesetzlichen Bestimmungen. Spürbare Resultate, höchste Qualität und geprüfte Sicherheit – das ist es, was die Fitline-Produkte auszeichnet und einzigartig macht. Die 1972 gegründete österreichische Sporthilfe ist eine anerkannte nationale Institution, die ganz auf die Produkte der Fitline-Serie setzt. Über 100 Millionen verkaufte Produkte und mehrere hunderttausend Kunden nutzen die Fitline-Produkte täglich. Profitieren auch Sie davon. Amn. Amn.